Mittwoch, der 20. März 2019. Es ist 18.25 Uhr. Wir starten in eine neue Runde Lotto-Glück. Mit Mirjam Hanna. Ja, auch bei uns ist der Frühling bereit. Endlich und damit herzlich willkommen zu Live-Team der Lotto-Zahlen am Mittwoch. Echte Frühlingsgefühle kommen jetzt sicherlich bei ganz vielen Tippern auf, die am Samstag mitgespielt haben. Denn da wurde im ganzen Land mal richtig schön gewonnen. Aber auch heute ist einiges bei uns zu holen. Lassen Sie uns direkt loslegen. Kugeln und Ziehungsgeräte wurden bereits wie immer ordnungsgeläst kontrolliert. Wir sind bereit, Sie sind bereit. Ich sage viel Glück und Ziehung frei. Bratenburg hat sich so gefreut. 8,5 Millionen gehen jetzt in Haube-Laden. Der Deckel ist weg. Wir beginnen wieder endlich entscheidender mit einem kleinen, aber feinen Millionen. Aber wir haben heute noch viel mehr rauszuhauen. Die erste Glückskugel für heute ist da. Es ist die 19. Mit einem einfachen 16 Millionen mehr, das hat eigentlich aus Nordrhein-Westfalen geschafft. Und da als der einzige war, gibt es jetzt stolze 2,5 Millionen dafür. Also doppelter Glückspilz. Und hier ist unsere zweite Kugel. Es ist die 4. Die richtigen sieben Ziffern hat der Einziffer in Bayern. Und zwar der Zusatzorte Riespilz. 77. Wunderschöne 877.777 Euro sind bereits unterwegs. Und die dritte Kugel ist parat. Es ist die 44. Wir hatten einen wirklich guten Lauf. Sechsmal 100.000 Euro. So viel geht diesmal raus in die Republik nach Hamburg, Hessen, Schleswig-Holstein und vielleicht dreimal nach NRW. Wir bleiben in den 40ern. Es ist die 47, die ist ja cool. So, ja, heute ist nicht nur kalendarischer Frühlingsanfang, sondern auch der Tag des Glücks. Und dazu haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht für alle Täter, die heute und oder Samstag bei uns mitspielen. Und hier ist sie, unsere fünfte. Es ist die 40. Aber 43er. So, 1000x 1000 Euro spielen wir heute nämlich Exeter-Kuss. Und was müssen Sie dafür tun? Nichts, gar nichts. Sie spielen einfach ganz automatisch mit. Und da ist noch unsere letzte und nächste Kugel. Es ist die 9. Hier schön in einer Reihe in voller Pracht. Die sechs richtigen vom heutigen Mittwoch. Für unsere kleine, aber feine Millionen brauchen Sie natürlich noch eine Kleinigkeit. Nimm ich die super Zahl und die ziehen wir jetzt. Ich drücke nochmals die Daumen und sage, ziehung frei. Und was ein schöner Tag heute. Tag des Glücks. Frühlingsanfang, ganz viele glückliche Lottospieler und 1000x 1000 Euro Extra-Gewinner. Das ist so ein Mittwoch nach meinem Stück. So, unsere super Zahl steht auch für heute fest. Es ist die 3. Und damit stehen alle Gewinnzahlen fest. Und die schauen wir uns gemeinsam in sortierter Reihenfolge in unserer Übersicht auf dem Monitor gemeinsam an. Hier sind die Lottozahlen 6 aus 49. 4, 9, 19, 40, 44, 47. Und die super Zahl ist die 3. Die Zusatzlotterien werden ja immer im Vorfeld ermittelt. Hier ist die Zahlreihe aus dem Spiel. 77, 1, 5, 1, 2, 5, 3, 5. Und hier ist die Zahlenreihe der Super 6, 7, 9, 0, 2, 8, 0. Damit sind wir für heute auch schon wieder durch. Liebe Tipper, nicht vergessen, anlässlich des Tag des Glücks nimmt jeder Tipper, der heute oder am Samstag bei uns mitspielt, automatisch an unserer Sonderauslosung teilt. 1000x1000 Euro gibt es da extra zu gewinnen. Oder, dass Sie dafür irgendetwas tun oder zahlen müssen. Am Samstag gehen hier bei uns im Frühling-Nacht-Lotto-Studio wieder die Lichter an. Seien Sie live dabei um 19.25 Uhr. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Lotto 6 aus 49. Spielen halt so gut. Spielen halt so gut. Spielen halt role auch.